Er hat die arme Katze. Er redringt ihn nicht mit Cupcakes zu Füller. Mein Hund hat auch verbotenes Zeug gemacht und ich habe es ihm nicht gegeben. Katze Liebhaberin freigeschaltet. Scheiße. Ich hätte die Katze irgendwo aussitzen sollen. Aber nein, ich bin so ein guter Kerl. Hast du das Gaspedal verwechselt mit der Bremse oder was? Ich helfe dir gleich rückwärts zu fahren. Das ist schon wieder der Arsch. Kannen sie ihn ja wohl nicht. Lern erst mal rufen, Digga. Feierabend! Lisa, der hellen Wahnsinn. Geiler Film. All right, I'll add it to the huge mental list I've been compiling ever since we started talking. So that's weird science, life of Python. Brian, Brian, Monty Python's life of Brian. Oh, no, not the life of Brian. You know, you don't really love a part of a computer nerd either. Hey, I'll take that as a compliment. Thanks. Well, I do kind of have a thing for nerds, but I'm also a sucker for someone in uniform, so I guess you take multiple boxes. So, any particular reason you're not at the Nerd Factory anymore? Sonst wird er noch dick. Mhm. Wenn Nigi das hier jetzt richtig notiert, ne, dann weiß er wie er bei Freunden landet. Und, it's complicated. Multiple reasons, I guess. Push and pull. Okay, well, I totally get wanting something different anyway. I used to live in Los Angeles. Oh really? Then, yeah. Yeah, Providence Oaks is pretty different. Alter, Pulli von Nier ist schlimm. Sure is. It's quieter for one thing, slower for another. Yeah, those are the two things I like best about it. Me too, I think. It took some getting used to. So tell me about this plan of yours. Is the suitcase part of it? Oh, right. It's simple. I want you to distribute movies all over Providence Oaks. You mean, for free? Yeah. You know the town? You're starting to know the people. Not all of them have VCRs yet. But that's why God invented Movie Boxes. And by God, I mean electronics companies. Look, it's a VCR in a box. And it's portable too. So you can take it to anyone. I don't know anything about it. But he looks like a beta, right? I think beta... That's the big ones, right? Who knows from you? Except for Nikki. No, it's VHS. It's not a beta. I've never seen one though. I've made a list of potential customers and the movies I think they'll like. All you have to do is just deliver the movie box with a movie of their choice. Then you go and pick it back up once they've watched it. Okay, but what's the revenue model here? Oh, you. Not everything is about money. It's about promoting the store. Which I guess is ultimately about money. Here, I'll give you these two to start. These are for Lori. You know her, right? The mechanic girl at the gas station, right? Yes, good. I have these two for her. The love bug and... A nightmare on Elm Street. This one is about murderers and murderers. All right? Well, not exactly. You'll just have to watch it. But not before Lori gets a chance. I think she'll love it. After Lori gives back the box, I have a couple movies planned for Burt Mackey. They are Jaws and the dirty doesn't. And that's it for now. If you're in, that's it. Yes. So, you in? Grüße dich, Fiona! All right. These addresses seem to be on my route anyway. I'm in. All right. Thanks a bunch, babe. Now, do you have any more of this great coffee? Actually, I really need to head back. Oh, what's the rush? I left the store unattended. Better get back. Oh, just have another cup of coffee. I'd love to, but I really can't. Thursday is usually one of the busiest days. Sorry, but I'll see you soon. Okay? Bye, babe. What the fuck? Hello? Hey, Meredith. Hey, Dad! How's life? I heard something about poker, fishing, and margaritas. Talk to Mom, huh? But yeah, can't complain. How about you? Do you like my job? I'm starting to love it. Being on the road, the freedom, the people. That's great to hear. Frank's quite the character, huh? Frank's quite the character indeed. He said you helped him out once. More than once. Well, what can I say? He likes baseball a bit too much. He plays as a bet every now and then. Nothing too serious. And what about Bert Mackey? Bert. Bert doesn't like to talk much. But he's got a heart of gold. Stay on his good side. Speaking of staying on the good side. Your mom's telling me to hurry up. We're going to a movie. Okay, Dad. Don't keep her waiting. What movie? Stand by me. Yeah! Das Geheimnis eines Sommers. Welche Filme müssen wir uns da angucken, Schatz? Einfach nur. Ich weiß nicht. So an Material zu L87 arbeiten? Nö. Ich bleib zu Hause und gucke Fernseher. Hm. Let's see what's on TV tonight. Previously on Bon Appetit. How's the beef bourguignon coming along? I'm not sure, Boss. But Henri, it's been cooking for hours. I am Jean Paul. Henri is my twin brother. I am Jean Paul. Auch geil so gemacht, ne? Dass der Fensterbalken da dazwischen ist. Da sieht man nicht, was im Film läuft. Sehr, sehr geil gemacht, muss man sagen bis jetzt. Haben die da keine Bar, wo man abends hingehen kann oder so? Ich finde das geil, dass es sowas nicht gibt. Eintrinken? Nee, da gehst du dann dorthin und dann bist bei dem und machst das dort vor Ort zu Haus. Und... Finde ich geil. Da kannst du den Leuten noch wenigstens so einigermaßen vertrauen. Ich natürlich nicht. Weil... Ich kenn dort keinen. Aber trotzdem, ich find's geil. Boah, Fiona, alles gut. Heute auf Mittelalter im Markt gewesen. War schön. Sehr schön. Mein Katz Mortimer fühlte sich krass. Aber dank zu Bert Mackey und unserem neuen Mailman, Meryl, ist er wieder in großem Kondition. Das ist fantastische Nachrichten, Mildred. Jetzt schauen wir uns, ob es reinen wird, Katz und Dog. Tja, egal bei welchem Wetter der Postbote stellt die Post zu. Oh ja, das Wetter hat super mitgespielt. Konnte nicht klagen. Ja, fast zu fies, Leute. Konnte noch meinen ehemaligen Physiotherapeuten ärgern. Mit Hellhauen. Finde ich immer auch geil. Ja, und wenn es klappt nächste Woche nach Braunschweig zum Mittelaltermarkt. Auf jeden Fall. Mal schauen. Wäre cool, wenn die dort auch tosten. Dann freue ich mich erst recht. Ja, dann machen sie tosten. Ja, das ist doch schön. Wenn man bei den Schwiegereltern ist und dass da alles sehr schön ist, dann warum nicht? Ich fahre auch gerne zu meinen Schwiegereltern. Knoblauchhack. Der einzige Grund, warum ich da runter fahre. Ja, schönes Wetter habe im Garten gesessen und viel zu viel gefuttert. Oh, mal wieder zu viel. Wirkner auch zum Knodeln und wegen Thüringer. In Thüringen. In Thüringen. In Thüringen, Herren. So. Ja, Schatz. Wir haben sie ja beim letzten Mal nicht mitgenommen. Da wir sie beim letzten Mal vergessen haben, müssen wir sie gleich doppeltonen. Ich finde das toll, dass du oh interessant sagst, aber was findest du interessant? Ich muss hier irgendwie mehr von der Story wissen. Das Boss zu stellen geht mir gerade voll auf die Nerven. Ich will wissen, wie es weitergeht. Wie, bei denen hat das nicht ein Tor gewusst? Dann kommt! 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 Dann ist es noch nicht. Dann kommt! Gebt dann nur irgendwann Ärger. Achso, ne ich will ja mit meinem Vater kein Ärger hier haben im Spiel. Probieren wir das mit dem Postzustellen Schuhen machen. Ich finde das gehört mit dazu. Aber müssen die Leute so viel Post kriegen und Pakete? Mir egal ob es wenig ist oder nicht. Ich finde es nervig. Wir wissen wie die Story weitergeht. Ich finde die gerade so interessant. Achso, der Schrägschraube. Hier ist die Mail, Ma'am. Ech, einer von diesen gelben Parceln. Das ist für das Ding hinter der Tür. Ein Fotografie Minilab. Sie haben es letzte Woche, und sie wollen mich operieren. Als ob ich nicht genug habe auf meinem Blatt bereits. Ohne Post keine Story. Ja, so sehe ich das auch dieses Kuh. Ja, Fotografie kann auch nur für Spaß sein, nicht wahr? Schau, wenn Sie wollen Fotografie machen, schau dich selbst aus. Sie wollen mich mit dem Minilab practice mit dem Minilab, bevor die Service ist offiziell geöffnet. Sie senden mir eine Kiste mit der Kamera und Film. Wirklich? Ich würde gerne Bilder nehmen. Die Umstände sind wunderbar. Gut, hier geht's und guter Glück. Geh ein paar Bilder und dann schau sie mir an. Schau einen schönen Tag, Ma'am. Cool, ich kann jetzt Bilder machen. Sie, um die Kamera in die Hand zu nehmen. Oh, cool. Warten wir nur noch darauf, dass es schönes Wetter ist und dann machen wir ein paar Fotos. Find ich geil. Ist wie mit den Armen. Keine Arme, keine Kekse. Glaub mal, auch ohne Arme kann ich Kekse essen. Ich lass mich dann füttern. So, wir müssen auf jeden Fall bei der Werkstatt vorbei. Oh, da waren wir noch nicht. Beim Bauernhof, cool. Nochmal Maus Dino. Eieieieiei. Diese soll ich zum Laderaum des Postautos gehen? Muss ich jetzt nicht verstehen. Hm. Weit im Back zu sein. Bei schönem Wetter fotografieren, ey. Oh, das ist super. Ah, bitte volltanken. Ich habe gar kein Paket. Warte, warte, warte. Hey. Wut. Ja, ich komme ja hier gar nicht raus. Habe ich schon. Äh. Lass mich mal hier raus. Ich komme hier nicht raus. Warte. Wo ist das Paket? Ja, natürlich. Bei Regen findet man auch schöne Motive. Aber... Ich... 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 meine frau kommt zur rettung wo soll denn das jetzt das war es dafür gibt es eine lade option breit hatte 15 september jetzt habe ich noch mal von vorne anfangen doch nicht so jetzt habe ich die kamera wieder was sagst du nun dios kuren ha damit hast du jetzt nicht gerechnet ich habe es gibt Du, 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 du. Ich fiel weiter. Ich habe nicht weiter von...